Jebo 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 te Jebo 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 te Jebo 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 te Mach! Richtig hier? Hi! Da bin ich doch im richtigen Zimmer Hey Tim, Hi! Was geht ab? OP, alles super überstanden? Super! Du hör mal zu, ich hab dir was mitgebracht Deine Lieblingsserie Alle Staffeln Krass! Dein Lieblings Tee Lieblings Tee ist auch dabei Weißt du was du magst Lieblingschips Wo ich das alles weiß? Wieso? Freunde Weiß man doch Super nett, bisschen Gern geschehen, kein Problem Ich hab mir ne Pflanze mitgebracht Und sonst war alles super? Ach ich will hier Den ganzen Kabel festgebunden, du Aber sonst geht's mir gut Ich freu mich echt, dass du da warst Du bist ein echt super Freund Mit Württchen alles, ich drück dir die Daumen Alle beide Und ansonsten brauchst du noch irgendwas? Alles super hier? Was willst du denn hier zu essen? Ach hier, die Stuhle hier Das habt ihr mir hier grad hergebracht Wat? Dat da? Dat hier? Dat grad und rausfragst Sollst du hier fressen? Nee du, hör mal mein Freund Ich geh dir mal hier unten Mein Bäcker, das ist ein super Bäcker Tim! Ach Tim! Das musst du doch jetzt nicht machen, Tim! Ich ruhig dir mal was Schönes Ja? Super! Gute Besserung, bis gleich! Tim! Okay, hol mir was dann, Digger Dankeschön, super nett Lack Schuh, was geht ab, Digger Was geht ab, Digger Hallo, hallo, sie dürfen da nicht rein Bruder! Das ist noch Patient Lack E Besuchszeit vorbei Was für Besuchszeit? Lass mal ruf, was bist du mal? Wolle ich abstechen? Beruhigen sie sich Lack Schnecht jetzt ab Beruhigen sie sich Na komm mal her Ich schwöre, Bruder Was für Filme die machen Was geht ab, Digger Was geht ab, Digger Was machst du, Digger Was machst du, Digger Was machst du, Digger Was machst du, Digger Wo warst du, Digger Ich bin seit einer Woche hier Seit einer Woche Und du bist erst erst gekommen Was hast du gemacht, Digger Ich schwöre, Digger Ich war noch hier Ich wollte doch kommen, Digger Ich hatte Jobcenter-Termin Drei Mal die Woche Ich bin nicht gegangen Dann musste ich wieder mal noch mal hingehen Dann bei Ruf, Digger Ich habe meinen Jagd vergessen Wolle, du hast doch diese Filme Jobcenter Ah Einmal schau, Shisha-Bab Shisha-Bab Du leeeehst, Bruder Du leeeehst Verteilung drehtiger Komm doch her, weißt du Ernst Habt ihr nicht schlecht, Bruder Ah Ah Was passiert, ja Ah, Bruder Danke, dass du fragst Bruder, ich bin noch brezlig Davon gekommen, ja Autofall, Bruder Der Eil ist willkommen Auch ein Bunt, Digger Eh Wie? Und wie geht's? Mein Arm ist gebraucht Mein Bein ist gebraucht Mein Rippen, Bruder Alles Gehörer ist zurück Zum Glück ist es mir gut Lass mich auf dich Ich mein, wie geht's im Auto? Ist das gerade dein Ernst? Du fragst, wie es im Auto geht? Wallah, ich wollte doch Leit nächste Woche ausleihen Ich wollte doch mit Murat und Ali nach Köln fahren Tchuu, diese neue Shisha Ich hab aber was probiert Okay Ich bleibe, ich bleibe Ich bleibe Fetter Geier, Wallah Was bist du mit meinem Freund? Schrottest du Auto oder was? Ich bleibe ich Sag mal Memo, er soll die reparieren Schafft er bis nächste Woche? Bruder, der repariert das Im Hals und dreht mal nächste Woche und kann sie wieder benutzen Niemals Ich küsse Herz Ja, Mann, mir geht's Wie geht's übelst Kacke Was ist das hier, ja? Hallo, was machst du da? Wer hat das gebracht, Bruder? Ja, das hat mir Tim gebracht Tim? Das hat mir ewig nicht geschmeckt Wer ist, bringt er mir etwas Roland ist 31er, wie ich ihn hasse Was hast du für Essen, ja? Schmeckt scheiße? Geil, lieber Freut mich, dass die Scheiße schmeckt Bruder, hast du gekriegt mit Versicherung und so, dass wir Geld kriegen? Du weißt doch Ja, Versicherung Gott auch Hab ich schon gemacht Ich weiß nicht was Ich küsse Nerv 부�uder, genau so macht man das Hast du Akku, Bruder? Handy Aufladen Kannst du aufladen? Ja klar, kannst du aufpassen. Fair oder was? Bruder, was machst du? Bruder! Oh! Oh, Digger, ich wär fast gestoppt, Bruder, was hast du gemacht? Oh! Scheiße, Bruder, willst du auch Popcorn? Bruder, was machst du? Mikrowelle! Bruder? Scheiße, Mann! Dann bringt er mir einmal Essen mit und dann verreckst du hier? Scheißegal, mehr für mich, Mann! Du, ich mach den weg, Mann! Puste super, du Mikrowelle! Ich mach dir das schnell warm! Oh! Ich lasse, wann mein Bruder du? Hallo? Was ist los? Ich rufe mir für dich! Ich rufe mir in die Arzt! So, hab ich hier ein Ergebnis! Ich brauche Hilfe, Hilfe! Ich glaube, was passiert, was passiert! Ich glaube, doch! Aber komm so bitte! Hilfe, Hilfe! Schnell, schnell, schnell! Hallo? Hilfe! Hilfe! Over! Nach 30 Minuten! Ich rufe! Oh, cool! Ich rufe! Ich rufe! Was ist das denn? Ich rufe! Oh! Ich rufe! Ich rufe! j boje boje bote